In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie der Serienbrief in Microsoft Word funktioniert. Stell dir jetzt einmal vor, du bist für den Moment kein Schüler oder keine Schülerin, sondern du bist Chef oder Chefin einer großen Firma. Diese Firma könnte beispielsweise eine Fabrik sein. In einer der letzten Besprechungen hast du mit deinem Team beschlossen, dass sie gerne einen Brief an eure Kunden schreiben würdet. In eurer Firma ist nämlich das Motto, der Kunde ist König. Nun gibt es allerdings ein Problem. Du hast ja nicht nur einen Kunden in deiner Firma, an den du einen Brief schicken musst, sondern du hast ganz viele Kunden und an diese vielen Kunden musst du natürlich auch ganz viele Briefe schreiben. Du müsstest nun also jeden dieser vielen Briefe separat adressieren, den Namen und die Adresse anpassen und das würde viel Arbeit für dich bedeuten. Daher möchte ich dir nun einen Weg zeigen, wie das Ganze schneller funktioniert. Dazu gehst du einmal auf die Seite www.easy4me.info und wechselst zum Modul Textverarbeitung. Dort findest du dann bei den Übungen eine Übung zum Serienbrief. Die PDF-Datei Serienbrief, die Datei Kundenwerbung und die Datei Kundenadressen lädst du dir nun auf deinen Computer in einen separaten Ordner herunter und ich zeige dir dann gleich, wie du einen Serienbrief in Word erstellen kannst. In diesem Video beschränke ich mich auf die erste Übung, die du hier sehen kannst. Ich würde dich nun also bitten, öffne das PDF und öffne auch das Dokument Kundenwerbung und wir sehen uns gleich wieder in Word. Du siehst hier nun den vorbereiteten Brief. Wir sollen nun aus dem Dokument Kundenwerbung einen Serienbrief erstellen. Einen Serienbrief erstellst du über den Menüpunkt Sendungen. Dort wählen wir dann den Seriendruck starten und hier können wir nun die Art des Seriendrucks auswählen. Wir wählen hier einen Brief. Als nächstes müssen wir nun die Empfänger auswählen. Klicke ich auf den Menüpunkt Empfänger auswählen, bekomme ich nun die Möglichkeit entweder die Liste der Empfänger selbst einzugeben, eine vorhandene Liste zu verwenden oder aus dem E-Mail-Programm Outlook die Kontakte auszuwählen. Wir haben eine vorhandene Liste und werden diese nun auch auswählen. Ich klicke daher nun auf vorhandene Liste verwenden, gehe in den Ordner, in dem ich die Dateien von Easy4Me gespeichert habe und finde dort nun die Datei Kundenadressen. Diese Datei klickst du an und öffnest sie. Wenn das Ganze funktioniert hat, hat sich nun hier das Menüband verändert. Und zwar sind die Menüpunkte wie Empfängerliste bearbeiten, Adressblock, Grußzeile und so weiter nicht mehr ausgegraut, sondern sind nun anklickbar. Sobald diese Elemente anklickbar sind, bedeutet das, dass du erfolgreich dein Hauptdokument, also den Brief, mit deiner Datenquelle, also den Kundenadressen verknüpft hast. Nun haben wir die Möglichkeit, diese Elemente hier, wie zum Beispiel die Anrede, den Vornamen, den Nachnamen, die Adresse, Postleitzahl und Ort durch sogenannte Seriendruckelemente oder Seriendruckfelder zu ersetzen. Dazu zoome ich nun etwas weiter in das Dokument hinein und beginne nun, die Elemente zu ersetzen. Ich markiere den Bereich her, wobei hier wichtig ist, dass du dieses Zeilenendezeichen nicht mitmarkierst. Danach wählst du Seriendruckfeld einfügen und wählst hier Anrede. Seriendruckfelder sind hier durch so einen Doppelpfeil gekennzeichnet. Das bedeutet hier, die Anrede wäre nun bereits ein Seriendruckfeld. Weiter geht es nun mit dem Vornamen. Wir ersetzen also Ludwig durch den Vornamen. Wir ersetzen Thoma durch den Nachnamen. Ersetzen die Bayernstraße 21 durch die Straße. Ersetzen 5020 durch die Postleitzahl und zu guter Letzt ersetzen wir Salzburg auch noch durch den Ort. Wie bereits zuvor erwähnt, musst du bitte beim Markieren darauf achten, dass du nicht der Zeilenendezeichen mitmarkierst und achte bitte auch darauf, dass du beispielsweise zwischen Vorname und dem Nachnamen hier dieses Leerzeichen nicht aus Versehen löscht. In einem nächsten Schritt können wir nun kontrollieren, ob das Ganze auch funktioniert hat. Dazu klickst du auf Vorschauergebnisse und siehst nun Herr Andreas Vötterl, Hagenweg 14 in 5400 Hallein. Klicke ich hier nun auf den Pfeil Weiter, erhalte ich den nächsten Datensatz, den nächsten Datensatz, den nächsten Datensatz und so bekommst du nun schnell die persönlich adressierten Briefe. Um diese persönlich adressierten Briefe nun zu speichern, klickst du hier am rechten Rand auf Fertigstellen und Zusammenführen. Du öffnest dieses Feld und bekommst nun die Möglichkeit entweder alle diese Dokumente gleich zu drucken, diese Dokumente als E-Mail-Nachricht zu senden oder den Punkt, den wir nun benötigen, die einzelnen Dokumente zu bearbeiten. Sobald du auf diesen Punkt klickst, bekommst du eine Auswahl, welche Datensätze du gerne in ein neues Dokument überführen möchtest. Wir möchten hier alle Briefe in dem neuen Dokument haben. Mit einem Klick auf OK wird dieses neue Dokument erstellt. Du siehst, es bekommt hier den Namen Serienbriefe 1. Links unten ist ersichtlich. Es sind fünf Seiten und wenn ich hier nun durchscrolle, der erste Brief ist für Andreas Vötterl, der zweite für Ute Strebel, der dritte für Bertha Sonnenschein, der vierte für Manfred Berthold und der fünfte noch für Inge Baldinger. Dieses Dokument mit diesen fünf Briefen kannst du nun abspeichern, Datei speichern unter, wählst wieder deinen Übungsordner, als Dateiname sollen wir Kundenbriefe wählen und dann kannst du das Ganze abspeichern. Wenn du nun Kundenbriefe ausdrucken möchtest, funktioniert das ganz normal über Datei, Drucken und du würdest hier dann auch noch die Möglichkeit erhalten, auszuwählen, ob du alle Dokumente drucken willst oder beispielsweise nur den ersten und den zweiten Brief drucken möchtest, dann werden nur der erste und der zweite Brief gedruckt. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen, deinen ersten Serienbrief zu erstellen. Das Serienbrief-Feature ist nämlich ein wirklich mächtiges Feature in Microsoft Word.